Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Darum besteht Jennifer Frankhauser auf einen Kaiserschnitt. Jennifer Frankhauser, 29, erklärt ihre Entscheidung. Die einstige Dschungelkampfsiegerin erwartet derzeit ihr erstes Kind. Mit ihrem Partner Steffen König darf sie sich auf einen Jungen freuen. Auch den Namen hat die Schwester von Daniela Katzenberger, 35, bereits verraten, sie nennt den kleinen Damian. Außerdem wünscht sich die werdende Mutter keine natürliche Geburt. Jenny plant einen Kaiserschnitt und nannte nun auch die Gründe dafür. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde berichtete die 29-Jährige, warum sie sich einen Kaiserschnitt wünscht. Weil mir das von Tag 1 mein Bauchgefühl sagt, betonte sie. Doch das Ganze hat noch einen anderen Grund, der entscheidendste Punkt ist aber definitiv, dass mein Bruder durch einen Sauerstoffmahl während einer natürlichen Geburt eine Behinderung hat. Wie ihre Schwester Daniela Katzenberger in der Vergangenheit erklärt hat, sei Tobias leicht geistig zurückgeblieben und sein Sprachzentrum sei beeinträchtigt.